Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gehören jene leitmotivischen Töne, dass der Jatz aus der schwarzen Seele kommt und seine Musiker demzufolge Farbe zu bekennen haben gegen Unrecht, Leid und Unterdrückung auf der Welt. Auf dem Theaterhaus Jazz-Tagen traf der große Mann des Saxophons auf einen Kollegen, der ebenfalls der Auffassung ist, seine Musik sei Bestandteil der politischen Kultur, Chris McGregor. Seine Brotherhood of Breath ist seit zwei Jahrzehnten ein Treffpunkt afrikanischer und englischer Jatzer. Mit Archie Schepp als Gastsolist war der Abend ein Höhepunkt des Festivals. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Just be like me Face like, like a man Fight for your rights, my man And now you're a man, not a boy I'll always be on your side Think for yourself Please be bold Now don't be afraid Just be like me Fight for your rights, my man And now you're a man, not a boy I'll always be on your side Fight life like a man Fight for your rights And forget And forget Yes, now You're a man Fight for your rights, my man I'll always be on your side Fight life like a man Fight for your rights, my man Fight for your rights, my man I'll always be on your side You're a man, not a boy Oh, I'll always be on your side. 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 I'll always be on your side.